Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play mit mir dem Gunshot. Diesmal auf der Map Goldmuth Bahn. Ich bin weiterhin unterwegs als Pionier. Diesmal mit der UMP-45. Ganz ehrlich, von den Werten her finde ich die Waffe irgendwie total miserabel. So ein bisschen. Auch was ich gehört habe bisher von meinen Leuten, soll die nicht so Bombe sein. Aber ich will mich natürlich auch selbst davon überzeugen. Sagen wir, muss man alles mal probiert haben. Derzeit sind wir noch auf Luftabwehr. Was ich ganz, ganz nützlich erweist gerade. Den haben wir. Jawohl. Gleich zwei Leute mit weggeholt. Gar nicht mal so schlecht. Eigentlich wollte ich vorher auf der RPG wechseln. Aber gar nicht mal so schlecht, dass ich nicht gewechselt habe. Da könnte ich mir wenigstens mal den Multi-Kill sichern. Noch sind wir ein bisschen zu Fuß unterwegs. Nein, wir wollen da nicht mit. So, gucken wir kurz auf der Map, wo es abgeht. Charlie sieht gut aus, dass wir da mal vorbeischauen. Vom Squad-Technischen her, vom Squad-Team habe ich jetzt nicht großartig geguckt, ob ich da in einem relativ... Ich habe den gerade noch so ein bisschen auf der Minimap gesehen. Kommt von oben einer geflogen, ne? Der Weihnachtsmann war es noch nicht. So weit ist er noch nicht. Hat auch einfach, äh, die falschen Farben an, wenn ich das so richtig gesehen habe. Oh, jetzt haben wir es. Na, immerhin, Feuerstützhilfe. Mit der, mit der APK, mit der APK 12 hätte ich ein 100 Pro, äh, weggeholt. Bestimmt. Selbst auf die Entfernung. Aber das Ding hat hier einen Rückschlag, beziehungsweise Rückstoß. Das geht überhaupt gar nicht, klar. Ich mache nur Salven und selbst bei der ersten Salve schieße das Ding schon nach oben, als ob ich hier mit dem Granatwerfer losgefeuert hätte. So, hier haben wir ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen was zu tun. So, da denkt sich das jetzt gerade so. Ich habe hier, glaube ich, noch ein Infanterist in der Nähe. Oh. Oh, ein Nachland. Nein, nein. Das ist doof jetzt. Ach, da oben nicht nur einer. Ist doch scheißegal. Level 3. Glückstreffer, würde ich sagen. Auch wenn du dir jetzt schon ein Logo gezaubert hast. Ich weiß zwar nicht, was wird Level 3, da sie die Wichtigkeit des Logos hat. Aber er wird es bestimmt wissen, wer jetzt Spaß dran hat. Nehmer. So, letztes Squad-Mitglied. Ist doch schon wieder totaler Humbug hier. So, mal ein bisschen den Luftraum vor den Arschlichern hier sichern. Nein, du bist noch nicht sicher, mein Freund. Du kriegst noch direkt einen mit. Mobilitätskill. Einmal noch. Komm. Habe ich es. Ausgeschaltet. Ah, jetzt ist er weg. Jetzt kann ich mich auf den konzentrieren. Ein bisschen näher ran. Ach, das war's. Der ganze Spaß weg. Da und wieder. Oh, mein Gott. Wie kriegt habe ich ihn? Oh. Da kam gerade ein Spot-Mitglied. Äh, wie gesehen haben wir so ein bisschen über die Kuppe. Ich selbst habe so ein bisschen das Gefühl, ich werde das jetzt nicht lange überleben. Wir werfen einfach mal ein bisschen was über die Kuppe rüber. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Na, wir wagen es mal. Okay, den haben wir. Mit der UMP5. Also, ich sage mal so, die hat zwar einen Rückstoß, aber wie Sau. Aber Treffen tue ich trotzdem mit der, komischerweise. Oder es ist Lack. Die Hitbox ist vielleicht heute mal auf meiner Seite, beziehungsweise der Netcode spielt bei mir mit. Ich weiß zwar nicht, ob sich da jetzt mittlerweile was verändert hat. Ich habe das in letzter Zeit nicht mehr so großartig verfolgt. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt alles ein bisschen besser klappt. Oder es ist vielleicht einfach bloß Gewöhnungssache, dass ich mich mittlerweile daran gewöhnt habe, dass ich öfter nicht treffe. So, hier haben wir einen kleinen... Was ist denn da hin? Wir hatten hier gerade noch so ein kleines Fahrzeug in unsere Richtung fliegend. Ja, und hier ist ein Sniper am rumgiften. Und ein Fahrzeug. Da hinten war einer. Was wir gerade gesehen haben, der wird wahrscheinlich durchs Fahrzeug ausgeschaltet. Oder durch uns. Mamatan. Ach was. Wer kennt ihn nicht? Von SPS. Ist das richtig? Jo. Hier ist er. Hmhm. Hmhm. Was macht er denn hier heute mal allein unterwegs? Achso. Ja, ist gut. Ich muss mich wieder beruhigen. Ich merke das. Abschießen. Komm. Achso. Mein Hit war es nicht. Mir fährt auch noch irgendwas rum. Das ist Munitionspacket. Ich habe nämlich auch bald keine Munition mehr für meine... Vorne unterstützen wir mal. Er hat ihn gerade gekillt. Wo ist er denn hin? So, nachgeladen. Und wir rennen einfach mal doof hinterher. Macht man nicht. Ich weiß. Feindlicher Vater. Hört sich von dir. Komm schon. Auch ehrlich. Jetzt bin ich extra hinterher gerannt. Mensch. Das ist doch doof jetzt. Naja. Wer zuerst kommt mal zuerst, sagt man ja. Ich war jetzt nicht zuerst da. Soll mir aber relativ sein. Hier scheint schon wieder ein bisschen was los. Oh, da hinten. Na. Komm. Ah. Nachladen, ehrlich. Okay. Wurde noch gekillt. Jetzt wurde jemand gemessert. Hoffentlich nicht aus unserem Squad. So, ich sehe jetzt gerade nicht so richtig durch auf dem Minimap. Ja, jetzt haut er ab mit dem Heli. Ich wäre jetzt gerne mitgefunden hier. Komm her. Komm her. Na. Ja. Hier kommen jetzt gerade ein paar mehr. War jetzt etwas unübersichtlich. wenig da wo nehme. Weil alle irgendwie in meine Richtung geguckt haben. Auf dem Minimap zumindest. Das kam mir das gerade zuvor auf der Schnelle. Und äh. Hier wäre es jetzt eigentlich ganz praktisch, wenn ich mal wieder auf das RPG umswitchen würde. Damit wir vielleicht den Panzer da mal wegmachen, der hier rumfährt. Ist schon weg. Hätte ich mir so... Ne, ist noch nicht weg. Hier sind ein paar Infanteristen von uns. Das heißt, ich kann jetzt auch mal gut, okay, hat sie erledigt. Panzer ist weg. Ja, jetzt ist ein Heli hier. Und ich bin natürlich nicht vorbereitet. Dass ich das jetzt getroffen hätte, das wäre auch zu schön gewesen. Oh, da hinten geht's richtig ab. Aber wir haben hier auch irgendwo einen direkt. Wir hören ja schon die Einschüsse. Immer schön in Bewegung bleiben. Das überleben wir nicht. Mit dem Rückstoß. Auf keinen Fall. Wir spawnen mal hier wieder. Da kommt nämlich auch wieder direkt ein Panzer. Dass wir notfalls gerüstet sind, um mit der RPG noch ein bisschen Stress zu machen. Oder wenigstens ein bisschen zu ärgern. Da ist er. Ich werde bestimmt der Leidtragende sein. Ja, dachte ich mir. Ist nicht getroffen. Kaputt. Tja. Weckerauen habe ich ihn trotzdem noch. Das zu switchen. Wäre jetzt einfach zu lange gedauert. Hat sich jetzt den Panzer einer von uns geschnappt? Ist nicht das richtig? Ich... Ne, sie ist anscheinend falsch. Naja. Soll auch soweit egal sein. Aber jetzt gucke ich erstmal kein Fahrzeug da haben. Switche ich auch mal wieder um. Auf die Stinger. Weil die Helis dann doch ziemlich nerven können. Wenn man sich hier unten gegen die nicht großartig wehren kann. Da kommt er nämlich schon. Gut. Du bist tot. So gefällt mir das. Und wir können weitermachen. Und vielleicht langsam mal aus dem öden Punkt Charlie ein bisschen vortreten. Und diesen verfickten Sniper, der hier meint, mich die ganze Zeit bearbeiten zu müssen. Will ich mal ausschalten. Sag mal. Jetzt geht's ja langsam los, oder? Wo ist denn? Ich sehe ihn nicht mehr auf dem Minimap. Hier haben wir... Panzer... Okay, er scheint nicht mehr hier zu sein, aber da kommt schon wieder einer gefahren. Auch schon wieder tot. Ne? Ach, nichts mehr von abgekriegt. Na. Und wieder hinter die Kuppe. Das gefällt mir gar nicht. Oder ist der da hinten? Ne. Ich glaube, das war der hier vorne. Ja, aber das freie Feld ist halt total doof. Aber hier steht halt kaum noch was. Gut. Den haben wir... auch noch gekriegt. Wie man sieht, sind alle Gebäude hier mittlerweile weggebombt worden. Das ist natürlich... arg unpraktisch. Okay, nichts getroffen. Schade eigentlich. Ja. Die treffen natürlich sofort. Keine Ahnung. Ob das so richtig ist. Aber ich will mich gar nicht beschweren. Wie gesagt, auf die Waffe komme ich noch überhaupt gar nicht klar. Nicht so wirklich, wie man sieht. Sie mag zwar treffen, aber ich finde, das ist auch mehr mit... mit Luck-Shots verbunden. Jetzt, dass ich da wirklich irgendwie... präzise was ausrichten kann. Ich benutze jetzt aber einfach weiter in der Map. Und steigen wir mal als Unterstützung hier mit dem Heli ein. Weil wir haben ja schon die TV-Raketen. Und werden dann mal gucken, ob wir ein bisschen weiterarbeiten können. So. Uh. Die zu steuern... Die zu steuern ist nicht ganz so einfach. Okay, er fliegt jetzt so. Ich habe jetzt gerade nicht gesehen, ob wir einen feindlichen Heli an der Backe haben. Ne, da hinten ist der Heli. Ich kann leider nicht. Aha. Eingetroffen. Ah gut, der ist weg. Gut, gib mir nochmal ein Ziel. So. Von hier oben. TV-Raketen. Und runter. Bam. Den haben wir. Ja, jetzt muss ich nachher an. Das ist sehr, sehr schlecht. Flieg höher. Ah. Ganz blöd. Ganz blöd. Ja, und bevor ich auf die TV-Raketen gewechselt habe, hätte ich nochmal nachladen sollen. Wäre praktischer gekommen. Okay, der Heli ist jetzt auch weg. Vielleicht setzen wir uns einfach mal ins Gunship. Und bearbeiten Charlie etwas. Wenn wir das dann auch noch anvisiert bekommen. Da ist Charlie. Ne, wird nichts vom Rundflug her. Aber jetzt gehen die Punkte natürlich weg. Oh Gott. Was haben wir denn? Ich stecke hier aus. Und pup, sind wir wieder da. Am Arsch der Welt. Aber immerhin am Leben. Dann prüchen wir uns mal wieder ein bisschen an. G einzunehmen wäre jetzt natürlich irrsinnig. Charlie, die halten wirklich die ganze Zeit die Punkte da jetzt. Müssten da etwas formierter hin. Wie sieht es denn eigentlich in meinem Squad aus? Ich nehme jetzt einfach mal die Zeit und gucke mal ein bisschen nach. Ich geh einfach mal hier mit rein. Das Squad einfach voll und ich kann vielleicht bei den etwas strukturierteren Gruppen mehr mitwirken. Ja, wir müssen an den da ran. Damit er unsere Leute nicht mehr so belästigt hier. Komm, wir. Musst du meine Homies an. Na, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ja. Bam. Okay, hoffentlich Flare ist schon gezündet. Nein, hat er jetzt gemacht. Aber die kannst du nicht mehr abwehren. Und Fahrzeug zerstört. So muss das laufen. Ich habe sonst meistens auf der Seidenstraße beziehungsweise Silk Road viel Spaß. Mit der Jetzt geht es aber ab hier. Da hat mich was gesehen. Ich sehe den Heli leider nicht mehr. Irgendwo da hinten ist er. Ich muss natürlich, darf natürlich nicht vergessen, dass hier immer noch die Feinde rumrennen. Das vergesse ich immer gerne mal, wenn ich hier den Luftraum die ganze Zeit im Auge behalte. Aber da ist ich jetzt gerade... Da ist er. Oh, wir hatten gerammt. Okay, so geht es natürlich auch. Da habe ich weniger zu tun. Da ist ein feindlicher Panzerjäger. Wir sind nicht der Gestaltung. Wir konnten jetzt Einsatzziel Alpha. Tum, tum, tum. Sie rennen jetzt hier natürlich ohne Unterstützung lang, weil unsere Leute hier auch ein bisschen doof in den Fahrzeugen rumhängen. Das ist etwas ungünstig. Wollen wir mal probieren. Er hat noch Flares übrig, dachte ich mir. Er auch wahrscheinlich. Jo. Aber vielleicht hat der nachfolgende Jet von uns dadurch jetzt die Möglichkeit, ihn abzuschießen. Also immer rauf da. Ich finde bestimmt schon irgendwann ein Munitionspackage. Und kann dann weiter umballern mit der... Das Dinger. Da hinten nochmal ein Feind. Der Minimap gut zu sehen. Uh, der tut mir jetzt gar nicht gut, der Typ da. Ja, jetzt hat er mich mitbekommen. Und knallt mich ab. Ne, knallt er mich nicht. Ja, aber der. Der haut mich ab jetzt. Hat so einen schönen Heli stehen. Jetzt nutzt er ihn nicht. Oh, den hätte ich mir auch gerne geholt. So, okay. Wenn mir was zu blöd ist, steigen wir jetzt auch mal selber in den Panzer und versuchen mal... bei Charlie mit reinzugehen. Da. Boah, Foxtrot bitte nicht. Da kann ich wenig ausrichten. Ja, ein bisschen... Oh ja, genau. Bleib hier stehen. Einfach nur fahren, das ist ja. Uh. Da vorne ist auch schon einer in dem Fahrzeug. Hm, hm, hm. So. Den können wir schon einvisieren. Bam. So, wo ist der Kampfhelie? Ja, ihr merkt gerade, das geht hier natürlich alles, äh, etwas... von meiner Seite aus zumindest ein bisschen Flugabwehr-technisch los. Aber es bietet sich halt gerade an, ne? Sonst macht es anscheinend keiner und, äh, wir haben auch nur einen Vorteil davon. Wenn ich mich hier so ein bisschen um die... doofen Flugheilis kümmere, damit wir wenigstens am Boden ein bisschen die Ruhe haben. Ja, sp... Ja, der von F, der Sniper da auf dem... ...dach wahrscheinlich. Oder irgendwas anderes. Ich hab jetzt keine Zeit, das zu lokalisieren. Ich versuche einfach, den Typen hier wegzuholen. Gut, das war der andere Heli. Könnte ich wetten. So. Hier mal hinlegen, Lage checken. Ich hab jetzt schon wieder nicht genau gesehen. Das wird ein Infanterist sein, der mich hier gerade beschossen hat. Oder der Panzer dort hinten. Wir switchen mal kurz auf unsere... Infanterie-Waffe. Bis jetzt sieht's punkte technisch ja noch. Das brauch ich gar nicht versuchen mit dem scheiß Ding hier. Lächerlich. Gut, er rennt jetzt in die Richtung. Das ist ein bisschen doof. Aber wir schauen. Wir schauen. Ja, jetzt ist hier wieder eine doofe Freiflä... Wo hängt er? So, den haben wir noch mitge... Den hab ich doch nicht gesehen, Mensch. Ich denke auf ein Minimap, hä? Wo soll er sein? So, und... Wieder abschießen. Komm, komm, komm. Ja, schön. Einmal noch. Na, nicht töten, bitte. Da ist keiner mit drin. Jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot. Von da oben. Das möchten wir mal... Alter Schwede. Der hat die Nutzung und überhaupt den Sinn des MGs ein bisschen fehlverstanden, sich als Sniper da oben zu positionieren. Mag vielleicht Spaß machen, aber ich glaube, die Trefferquote bleibt da doch eher gering. Bitte verbessert mich da, wenn ich mich da irre und das Snipern super klappt mit dem MG. Vor allen Dingen mit diesem bescheuerten M249 oder was das ist ja nicht mit MG4. Mit der RPK würde ich es ja noch verstehen. Die hat ja nun mal eine super Präzision. So, wir steigen am besten hier ein zum Unterstützen. Nehmen wir uns einfach mal den Panzer, bitte. Ist es meiner? Sehr gut. Ah, ein zweiter steht auch noch hier. So, und zählen gleich mal zu. Oh, bei Foxtrot. Wir gehen mal hoch. Hat der keinen Sinn, da mit in die Masse reinzuknallen? Eigentlich wahrscheinlich schon. Aber killtechnisch nicht viel. Äh, killtechnisch, punktetechnisch. Bringt es uns eher was, wenn wir langsam mal wieder ein paar mehr Punkte einnehmen. Wir haben derzeit drei Stück. Gut, ich wollte jetzt bloß mal aussteigen, äh, einfach bloß kurz um zu gucken, ob ich den, ähm, Heli anvisieren kann. Können wir ja nebenbei mal kurz aussteigen, ne? Bringt ja keinen um. Muss natürlich damit rechnen, dass die mir dann meinen So, hat er super gemacht. Geil, greift jetzt das Einsatzstil an. Ich habe Lichtkontakt mit dem feindlichen MG-Schiss. Geil, nicht deiner Stellung. Das ist ein Kontakt für eine Grenze zu sehen. Meinst du, die Charlie kommt mit dem der Einsatzstil an. Ich hatte feindlichen MG-Schiss stattlich deiner jetzigen Position gesichtet. Gut, den haben wir noch. Entschuldigung, dass er jetzt gerade so still war. Aber ich habe jetzt gerade echt gedacht, der Typ hätte schon was geplant hat. Was denn jetzt? Ich sehe das Fahrzeug nicht. Seht ihr es? Ich sehe es nicht. Glaubt man das? Das, ich habe, achso, ich dachte, das war das Fahrzeug. Ja, konnte man nichts machen. Ich habe gedacht, da bewegt sich das Fahrzeug lang, was ich aufklären kann, beziehungsweise vernichten. Dass er jetzt natürlich noch so ein kleiner Kack-Infanterist rumhurt. Äh, ja. Hätte ich mir eigentlich auch denken können. Da unten haben wir Heli. Vielleicht können wir ja hier, was das ergibt, zumindest den Heli mal runterholen. Lasst mich nicht sterben, Jungs. Das sehe ich. Okay, jetzt ist der Heli weg. Hat sich in meinem Plan schon mal wieder nicht dicht gemacht. Oh, oh, oh. Der sieht gut aus. Kommen wir mal her hier. Oh, lass mich durch. Ich muss den Helikopter kaputte machen. Ach, jetzt kreist er da hinten. Ah, wenn dieser Sniper mich nicht gleich in Ruhe lässt, ne. 480 Meter, der kommt bestimmt gleich wieder. Hm. Jetzt ist hier noch ein anderer Helikopter. Wo ist der? Da hinten. Nicht weg. Oh, mein. Ja, den habe ich jetzt gar nicht gesehen, da. Da hinten liegt er. Ach, mit meiner Waffenkonstellation war da nicht viel zu machen. Er natürlich mit dem SR-61 hat er schon wesentlich mehr abräumen können. Ich springe mal hier ab. Nein! Ich wollte eigentlich noch versuchen, mit dem Schirm am Ende den Heli vielleicht noch irgendwie zu treffen. Hat leider nicht ganz gepasst. und da ist die Map auch schon wieder vorbei. Wir haben immerhin gewonnen. Punktetechnisch war das bei mir jetzt vielleicht nicht die Härte, aber ich habe Spaß gehabt. Beim Runterholen der blöden Helis, wer kennt das nicht, oder? Die bearbeiten von oben, während man sich gerade an den Feind ranpirscht und so weiter und versorgen einem Spaß. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Battlefield 4. Bis dahin wünsche ich euch was, euer Gunshot. Bis dahin wünsche Bis dahin.